Harald, wenn du einen Menschen triffst, erstes Mal begegnest, auf was achtest du da? Augen und Hände. One Inter likes it first, hat er noch toll. Die Entscheidung wird in sieben Sekunden getroffen. Alles klar. Das deutsche Olympiateam in Rio de Janeiro braucht dich. In welcher Sportart trittst du an? Ich habe ja gehofft und früher. Und Turmspringen natürlich. Sieht sicherlich geil aus. Theresa May und Angela Merkel sind seit kurzem die First Ladies Europas. Ist da noch was zu retten, kleidungstechnisch? Nein. Ich meine aber gut, bei der Figur von Merkel kannst du nichts machen. Und Theresa May, ja, man will sehen, was sie trägt. Sie darf halt nicht im gleichen Outfit bei der Queen und dann bei sich zu Hause aufteilen. Du wirst zu einer Talkshow eingeladen. Für welche entscheidest du dich? Club 2 damals auf ORS 2. Das war das Geilste. Die tiefen Sessels gibt es leider nicht mehr. Aber da wäre ich gern gesessen. Wir haben auch tiefe Sessels. Beim Talkshow von den Türhaaren, die können das Start so hoch. Wir freuen uns. Super. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Vielen Dank.